hm Wo hab ich denn das eigentlich gehabt? Wo ist denn hier unten, ne? Schweinbänder und das kommt da rein Schließpulver da Knochen und Arme an mir äh und ein Ei, toll endlich mal ein Ei in der Tasche so ne Katze dann passen wir auf jetzt hier, da können wir erstmal ne hier können wir gar nichts Wo war denn meine Fleischkiste? Ach hier ist die Fleischkiste so das hohe Fleisch kann da rein so also Schwarzeiche brauchen wir dann vier, eins, zwei, drei, vier und dann noch einen Dschungel äh so und Akazie, genau Akazie fängt nach so äh äh ach schon das Ei, das Ei kann ich mal weg machen das ist ein Ei so ne Quatsch, das war gar nicht hier, das muss hier sein ähm ja ich glaub da hab ich's oh Alter, der braucht wirklich viel Nahrung ne wenn der sich hochhalten tut ja es gibt ja was ey so mhm ist das schon länger, oder? das ist schon eine ganze Weile mir ist es irgendwann mal bei der Aufnahme aufgefallen dass ich als am Rennen bin und ähm äh so am Abbauen bin, ne und der hat als noch keinen Junker gehabt da hab ich sogar einmal zwischendurch nachgeguckt ob ich überhaupt auf äh leicht stehen habe oder ob ich auch friedlich noch hab oder so ja und ne da stand aber auf auf leicht also ähm ich mein natürlich auf Pussy-Modus und ähm dann hatte ich das mal nachgelesen gehabt ja und dann war das bei irgendeinem Update mal mit dabei gewesen, ne ah ok so aber wir liest dich schon die Patch-Notes immer durch, ne wir machten das schon immer so ja jetzt hab ich die Pfeile dabei aber keine Bogen, die sind auch geil hab ich irgendwo noch Kartoffeln eventuell gebacken, ne jetzt mal erstmal wieder zurück äh jetzt mal hier ein bisschen rumgeguckt dann haben wir auch ein bisschen, ne so pass mal auf, dann nehmen wir das so ach doch, hab ich ja wirklich, pass mal auf, nehmen wir das wo es reicht ja nicht auch, wenn ich die 45 mitnehme und das da rein 45 Dresden so und den Bogen, einen Bogen lohnt sich ein Bogen im Nähter ja wohl doch für Gas aus der Entfernung, klar so, pass mal auf, ne ja, oder du haust die Bälle zurück, ne ja, aber das ist immer so eine Sache, ne ja, das stimmt allerdings das ist, ne dann ähm, treff ich nicht immer unbedingt dann hab ich da hier irgendwo so einen super, super Bogen ne, das kenn ich ja, das ist da drauf, Stärke 3 ist da drauf Schlag 1 und Reparatur 1 oder das ist Stärke 2 die Stärke 3, glaub ich 2 keine Ahnung, ich kann's grad nicht richtig sehen ähm, so das Ding kommt hier Pfeil hab ich auch ähm, mhm warte mal, das wollte ich auch zusammen machen, ne so wenn ich dann gerade schon 8 Level hab, mal gucken ich weiß gar nicht, teuer war das denn ähm wie war das jetzt eigentlich nochmal mit verzaubern war hinter glaub ich nur noch 1 1 Level, 2 Level und 3 oder irgendwie sowas, ne genau, du brauchst nur so ne bestimmte Levelhöhe, ne hm um dann halt das irgendwie dann als, äh was zu leveln aber das richtig, es kostet dann halt dann nur 1 oder 2 Level, ne weil dieses Lapis Lazuli halt dann dafür brauchst vorher war das ja echt 30 Level für die ganze Verzauberung oder so, ne ja ganz genau, so ach so ach so brauche ich also noch, 4 Level brauche ich dafür noch naja gut, ok hier ziehe ich meinen Kopf raus so da ähm ähm also hier ist alles gut, ja so na gut, dann kann ich die Borgesäuhe wegpacken so hab ich, ja die andere meine ich so jetzt ach jetzt komm schon durch, ja so damm damm so, wenige Witterköpfen, ne die wir dann ja versuchen zu fahren also theoretisch, theoretisch habe ich 2 aber eigentlich habe ich nur 1 so ähm ah ja, ok das heißt also einen hab ich auf jeden Fall und einen hab ich nämlich in den Bilderrahmen reingesteckt achso ne der guckt mich jeden Abend an, wenn ich schlafen gehe der beobachtet mich bei allen möglichen Sachen warum ist die Nukleum auf ähm ja weil ich stehe da drauf so ähm auf jeden Fall dann wie gesagt den wollte ich den würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen wollen, ne aber so ja wenn sich jetzt natürlich dieses Farmen nach einem Witterkopf so extrem schwierig und langwierig äh langlebig oder langwierig kann auf jeden Fall dauern ganz genau würde ich natürlich halt zur Not auch nehmen ok ja gut ich sag mal so wenn es zu lange dauert dann ich weiß nicht hatten wir eigentlich auch mal welche gesammelt bei mir ja genau bei dir ne so warum bin ich jetzt hier hochgegangen das weiß ich gerade selber gar nicht ne was wollte ich denn hier ach kack ich bin da so bescheuert was wollte ich denn jetzt eigentlich ach stimmt ich würde die Dachluke zumachen die bei auf so so jetzt gehe ich nochmal wieder nach vorne gucken Alzheimer das grüßen echt ey so oh ich bin schon voll hör mal wie du bist schon voll ich habe gerade erst angefangen schon wieder bis ach so du meinst Invertar vorher ja ich dachte du hättest du jetzt schon bereits nebenbei an der Bierflasche genuckelt so jetzt kenne ich es von diversen anderen Spielen von Ark so von Seven Days Nice also ein Spiel wo du quasi nüchtern anfängst und besoffen von der periodistischen Vieh aufstehst so hopp und hopp und hopp und hopp so ah machen wir auch schon zurück her dim 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 so war ich so schuldig zu geben nochmal den ganzen Weg ist nicht so als ob ich hier noch nie gelaufen wäre so hm aber irgendwann wird der mal so richtig so sein wie ich das möchte so nachdem ich ein ganz 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 viel das Ding noch gefarmt habe so ich schätze jetzt hier ähm so so ich muss mir Sachen einladen äh laden boah ähm 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 ich lasse das schon mal einfach hier hin ne ne ich hab da da müsste glaube ich auch noch Holz liegen ähm 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 hab ich nicht Holz jetzt ach so machen wir erstmal den Schwarz Eiche ich sag ne warte mal auf den mach ich hier auch vorne hin nicht dass da irgendwie was zusammen wachsen tut so hopp 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 das ist ein Mischwald dann so hm 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 toll hab ich die Erde vergessen ich bin da so gekloppt Alter das gibt's ja gar nicht hm hm so hab ich eventuell aber hier oben Erde dann brauche ich jetzt nicht nochmal zurücklaufen ein abermals ach ja so ähm toll 1x64 ist ja super äh hier noch irgendwas hm ach doch hier hab ich auch noch was reicht das ja vielleicht doch so so ah vorher wollte ich aber noch was anderes ausprobieren gucken wie es aussieht wo haben wir sie hm jetzt will ich was essen Alter Junge der frisst der das ist irgendwann dann rolle ich den hier durch die durch die Karte hier das kleine Dickerchen so hopp na Kuh ich spalte deinen Arsch so hopp hau nicht ab komm du kannst eh nicht entfliehen hopp so so auch ein bisschen böde Hexe das gibt's doch gar nicht das da ist so ne so eine dreckige Bitch ist da komm her los komm her keine ahnung wenn das überhaupt eine Frau ist weil das ist doch ein Kerl ich weiß es nicht man kann das gar nicht richtig oh nein nein der wirft es bestimmt der wirft es bestimmt der wirft es bestimmt hopp 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 stirb 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 hopp los stirb 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 danke oh was hab ich bekommen ja guck ich gleich mal wenn ich diesen Skinhead hier rumgehauen habe komm her hopp oh der hat gar keine Glatze der hat aber so grüne Haare auf so pass mal was hab ich bekommen ah ein Stock der hat zwei Stöcke fallen lassen alter was ist das denn für ein Öl mein Gott so und da mein Enderman komm her dich hol ich mir auch und sieh auch du kannst sie死in wie du willst bringt dir nichts gewート doch und dann verdammt wieder Wer wird als Jungfrau sterben? Komm her, los, so ein bisschen. Bist du runter? Bist du da reingefallen oder was? Ach, bist du bescheuert. So, jetzt haben wir. Ach, noch ein Enderman. Wo ist er? Da ist er ja. Du brauchst nicht versuchen abzuhauen, ich rieche dich doch. Na, hier, hier kommt nichts drauf. Dankeschön für die Enderperle. Ach nee, das habe ich ja zugebaut. Warum hast du keine Fackeln hingemacht? Keine Ahnung. Hopp, jetzt ist es aber auf eine Fall. Warte, wo wir was sind. So, ab, ab. Ach, das muss ja schon wieder essen hier. Alter, so. Da drüben sehe ich die Augen von der dämlichen Spinne. So, Akazierfeld. Ach, da ist er ja, Creeper. Komm her. Toll, ich habe doch einen Bogen. Wo benutze ich den nicht? So, hopp, komm her. Wo bist du denn? Creeper, wo bist du denn? Komm her. Die verkrüppelte Akazie. Und jetzt gibt es einen Headshot. Pass mal auf. Headshot, und? Komm her. Hast du einen Headshot? Keine Ahnung. Das sieht so aus. Ach, nee doch, habe ich neu erwischt. Auch Dschungel auch. Hopp, hopp. Alles wächst und gedeiht. Schön zu hören. Ja, Dschungel. Habe ich mir Dings gemacht. Knochenmehl. Ach, er hat also gedopt. Mhm. So. Ja, klar. Das ist nicht natürlich gewachsen. So, ähm. Muss mal auf. Ne, weil das ist denn schon natürlich. Ähm. Ähm. Erde. So. Guck mal her. Toll, ich fahre dich auch noch runter. Das ist mir auch egal. Hopp und hopp. Und Zombieler. Äh. Toll, ich fahre dich schon wieder runter. Oh, meine Hütte hier. Unglaublich. Kollege. So. Puh, war das anstrengend. Das reicht schon, wir zu machen hier. Nee, nee, mach ich erst nur noch zu hier hinten. Doch, die Bukat. Aufhören, nehme ich die Fackeln hier oben. Ach, noch ein Creeper. Man könnte ja fast meinen, die wollen mich ja gar nicht zubuddeln lassen. Aller hinten ist aber noch ein Skelett, ne? So, komm mal her. Komm, die Snacki. Komm mal, lass den mal hier. Komm, ja. Du und ich, wir tragen's aus mit Pfeil und Bogen. Hopp. Hopp. Ich hab mich getroffen. Ich hab ihn aber auch getroffen. Und? Ja, wer sagt's denn? So, ich war ein besserer Schütze wie du. Hopp, hopp, hopp. Den da oben nehmen wir auch. Hopp. Bleib mal stehen hier. Äh, ich soll stehen bleiben. Hä? Nee, nicht so. So. Hä? Warum steht denn hier ein Hund? Keine Ahnung. Von mir einer? Das ist nicht meiner. Weiß ich nicht. Hat der einen Halsband? Mal gucken. Die haben doch alle einen Halsband, glaube ich. Äh, nö, die Wölfe noch nicht. Oh oh. Ja, nee, aber. Nee, die Wölfe, die haben ja auch andere Augen. Also, weißt du, wie ich mein? Mhm. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich überall meine Haustiere abgeladen hab. Keine Ahnung. Weil der ist hier. Ich kann den auf jeden Fall nicht zum Sitzen. Ja, ich guck mir den mal an. Was ist denn hier? Ah, vorher muss ich noch schnell einfach... Ach toll, das ist nochmal zwei oder was. Da komm mal her. Ab. Oh, was haben wir denn da für einen? Ach, eine. Ach, jetzt kommt so ein dämlicher Dorfwildscher, ne? Ja, so einen will ich mir auch nochmal schnappen, so einen Dorfwildscher. Den will ich dann bekehren. Damit ich quasi hier im Dorf dann auch so Einwohner hab. Ja, ja, ja. So. Ab. Der ist noch ein Creeper, Alter. Und je. Das hört ja gar nicht mehr auf mit dem. Oder? War da einer? Oder hab ich mich da verguckt? Nee, ich hab mich nicht verguckt, oder? Ich hab den seit die Grünen. Da, ich hab's noch gewusst. Ich hab deine grünen Füße gesehen. Komm her. So. So. Äh, Spinde. Spinde, Spinde, Spinde. Spider-Man? Haben wir auch? Jetzt ist er. Da wollen wir jetzt ja auch. Äh, wer schießt denn Hedgefield auf mich? Jetzt steht der woanders. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ach, das ist der... Nee, doch nicht. Das ist doch nicht der, der hier eingesperrt war. Hä? Ich hab meine ganzen Kartoffeln, die ich für unterwegs mitgenommen habe, die hab ich gleich schon alle aufgefressen. Pass mal auf, bevor ich überhaupt hier weggehe. So. Aber eigentlich find ich's gut, wenn man so ein bisschen mehr Nahrung auch braut, dann hat's ein bisschen Sinn, dass man auch die ganzen Sachen anbaut tut. Ja, hier, der hier. Also, ich guck mal rein. Also, ich guck mal rein. Vielen Dank.